Ja, Hammes kann ich und möchte ich loben und zu Recht, denn das was er jetzt in der Spielzeit oder in den letzten drei Spielen gegen Leverkusen kam er aufgrund der Verletzung eine komplette Halbzeit rein, hat das sehr gut getan, hat das sehr gut gemacht, er ist sehr ballsicher. Wenn man so einen ballsicheren Spieler hat, dann kann man in jeder Lage anspielen, egal ob dort er alleine steht oder ob dort zwei neben ihm stehen oder auf ihm draufstehen oder wie auch immer. Er findet immer wieder eine Lösung, macht das sehr gut. Man sieht ja auch, er hatte jetzt wieder zwei Chancen noch gehabt mit dem Fuß, die er nicht genutzt hat. Er hat ein Gespür für die Situation, er hat ein Gespür für den freien Raum. Und was mir persönlich auch sehr gut gefällt, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Er hat einen sehr hohen Status, nicht nur hier in München, sondern auch weltweit. Offensiv kann er eh alles und defensiv macht er täglich Fortschritte. Das hat man schon auch in der Vorbereitung gesehen, beziehungsweise in der Zeit, wo er nicht bei der Nationalmannschaft war. Und das setzt er sehr gut um. Und wenn alle Spieler von uns sowohl das eine als auch das andere verinnerlichen, dann ist es wirklich sehr schwierig gegen uns zu spielen. Ja, das habe ich mir erhofft, aber das habe ich auch erwartet, weil ich habe mit den beiden gesprochen. Und das sind alles super Kerle, tolle Profis, weltklasse Spieler, die ganz klar wissen, was sie diesem Verein zu bedanken haben, beziehungsweise was sie letzten Endes leisten müssen, um weiterhin auf dem hohen Niveau zu spielen. Und das spricht für ihre Charaktere, das spricht für sie als Person. Und von daher überrascht mich das nicht. Das freut mich, dass sie schon dem einen oder anderen dann auch gezeigt haben, dass es nicht so kommt oder gekommen ist, wie das der eine oder andere auch erwartet hat. Ja, ich habe das auch wahrgenommen und mitbekommen, dass es in den letzten beiden Spielen in Mainz, beziehungsweise jetzt auch gegen Bremen, unglücklich aussah. Nur wir wollen uns Chancen kreieren, das haben wir in den letzten Wochen auch getan, haben dort einiges auch noch liegen gelassen. Wenn wir jetzt die Chancen, die wir in der Vielzahl auch in den letzten Spielen hatten, zur Hälfte nutzen, dann können wir viele Tore erzielen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt jede Woche so passiert beim Torhüter. Deswegen wollen wir uns auf uns verlassen und nicht auf den gegnerischen Torhüter. Ja, es ist mir klar, dass die anderen das immer alle so sehen. Aber es sind noch 30 Spieltage zu gehen und es wird auch Spiele geben, wo wir Punkte lassen werden. Das ist einfach das Gesetz der Serie. Und ich lasse mich da auch nicht irgendwo einlullen, beziehungsweise einschläfern von den Kollegen anderer Klubs. Ja, wir sind im Moment da, wo wir sind. Wir sind ja nicht schuld. Wir versuchen ja unser Bestes. Und ich glaube, die anderen versuchen das auch. Aber sie sind selbst, dass die Liga sehr ausgeglichen ist. Es ist außer Bayern München und dann vielleicht noch zwei, drei andere Klubs, sind alle irgendwo abhängig vom Start. Ja, der Start ist immer für viele Klubs in der Bundesliga sehr wichtig. Es ist ein Neustart. Also ich behaupte mal, dass zwölf Klubs am Anfang der Saison hoffen, dass sie gut starten, damit sie ordentlich oder eine ruhige Saison spielen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es immer wieder Probleme. Und das ist Jahr für Jahr dasselbe. Und ich spreche aus Erfahrung, sodass wir versuchen gut zu spielen, damit sie glücklich sind und wir auch. Und die anderen müssen für sich zusehen, dass sie auch gut spielen und erfolgreich sind. Aufmerksamkeit